Hallo und herzlich willkommen bei Amuseetablette mit eurem Rockbock und zu Gast heute unser Crunchcow. Wie ihr seht, spielen wir mal wieder Battlefield, Metro, einer meiner Lieblingsmaps und wir schauen mal gerade, B ist natürlich schon wieder ein feindes Hand und wir werden hier ziemlich platt gemacht, aber davon lassen wir uns nicht unterkriegen. Nicht wahr, Crunchcow? Ah, ne. Es spricht zwar schon wieder alles gegen uns, aber... Naja, du weißt ja, sobald wir auf dem Server sind, endet, wendet sich das Blatt. Wow, wow, wow. Wo treibst du dich gerade rum? Ach da. Ich bin gerade auf der linken Seite. Ja, alles klar. Ich sehe gerade, ich bin ja stark unter Feuer hier. Wir haben ein paar Leute zu Hilfe kommen hier. Ja, ich bin hier wirklich ganz schön stark unter Feuer. Das ist schon ein bisschen nervig. Immer diese Kill-Hilfe, wie ich sie liebe. Ja, jetzt hat mich ein Aufklärer erwischt. Da liegt er schon wieder. Ich komme. Ach, hat schon ein Kumpel. Ja, aber wenn ich jetzt aufstehe, ist alles vorbei. Ja, hab schon gesehen. Da wurde zu viel geballert. Tja, wie ihr seht, bin ich kein wartender Soldat, sondern eher ein kleiner Terrorist, der immer fröhlich reinrennt. Was die Folge hat natürlich, dass ich sehr oft sterbe. Das klingt ganz gut. Aber man kann den Krieg ja nicht von hinten gewinnen, sondern immer von vorderster Front. Oh, und da wurde ich umgeballert. Tja, wenn ich zehn Granaten in der Tasche hätte, würde das Spiel ja auch anders aussehen. Aber leider hat man ja immer nur eine. Das siehst du, wie mir gerade aufgefallen ist. Ja, was denn? Hab ich auch gar gar nicht mehr... Sprachkomplexe, hab ich mir die ACWR genommen. Bei dem Versorger als das leichte Maschinengewehr. Ich will das leichte Maschinengewehr haben. Ich will, ich will, ich will. Vielleicht da jetzt noch irgendwas drauf basteln? Ach, da bist du, Kai. Ihr habt derzeit noch gar nichts großartig. An einer unserer Lieblingsstelle. Aber da sieht es ja ganz gut aus. Da stand ja gerade überhaupt keiner. Hätte ich ja eigentlich locker durchrennen können. Bloß irgendein Pionier war gerade fröhlich dabei, Raketen auf uns zu ballern. Ah, ich... Das war zu voll da. Ich weiß nicht mal über die... Über den Mittelgang. Ich hab's auch gerade gemerkt. Das war gerade etwas... Wenn die jetzt gerade hier abgeknallt ist, sieht verdammt danach aus. Oh, da hat mich ein Aufklärer erwischt. Die stehen da alle an der Treppe, an der Rolltreppe. An der Rolltreppe. Ach, da stehen die. Okay, gut zu wissen. So, dann warten wir mal. Dann werden wir den Leuten noch ein bisschen helfen hier. So, ein paar Pünktchen. Oh, kratzen sie alle schon wieder ab. Dann müssen wir wieder... ...die Leute wiederbeleben. Ach, ich liebe es, Granaten zu werfen. Wer liegt denn da? Noch einer. Warte mal, bist du... Du lebst da wahrscheinlich noch hier. Ich lebe. Er lebt noch. Auch Versorger. Okay, Jungs. Go, 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 go. Wenn ich eine Granate reinwerfe, dann ist das ziemlich cool. Also rechts standen gerade zwei. Einen habe ich mitgenommen und der andere ist freiwillig umgefallen. Okay, freiwillig. Ja, klar. Er hat mich gesehen und hat sich gleich hingelegt. So. Zack, ihr kriegt das noch. Ja, Kamikaze. Gut, zwei sind rechts. Auch wieder beide umgefallen. Ich habe zwei, ich habe zwei bekommen, ja. Klasse, super. Na dann los, 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 komm. Rennen wir. Ich muss nachladen kurz und mal ein bisschen heilen. Hier, wir haben auch keine Heilung hier, ne? Zack, warte. Haben wir. Zack. Hast du? Ich war nicht da, wo ich bin. Ach so, warte. Das ist irgendeiner. Ach so, ich dachte, du bist bei mir. Nee. Ach so, das war irgendein anderer Typ. Ich dachte, du hast da neben mir. Ich bin noch versucht, da wieder durch den Gang hinten reinzukommen. Weil wir, ach scheiße, wäre ich doch mal weitergelaufen. Gedacht, du liegst am Boden. Tja, das kann natürlich passieren. Ach so, da bin ich. So, weil wir waren nämlich gerade frei. Wir waren schon fast im U-Bahnhof. Aber fast ist nicht ganz, wie wir wissen. No. Verdammt. Er ist zwar umgefallen, aber hat nur keine Hilfe. So ist das Leben. Wie gesagt, die stehen hinten alle an diesen verkackten. Verkackten? Verkackte Rolltreppe. Killhilfe. Erkennt mich mal mit eurer Killhilfe. Wie ist da eine Granate reingeworfen? Und noch einen mitgenommen. So liebe ich das, Kinder. So liebe ich das. Und wieder reanimiert worden und gleich wieder tot. Einer ist da noch im Flur. Wir haben einen Sichtungsbonus bekommen. Links sind wir so ein bisschen durch. Das ist klasse. Rechts sieht es auch besser aus, aber wir sind noch nicht durch. Da sind wieder irgendwelche Leute, die sich hier einbunkern. Zweimal Feuerschutzhilfe bekommen. Damit kann ich mir auch echt was kaufen. Ja. Also wie ihr seht, liebe Zuseher, so richtig läuft das nicht. Aber das war es jetzt erstmal. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.